Das zweite Kapitel des zweiten Thessalonischer Briefs ist die Kernstelle, die regelmäßig angeführt wird, wenn die Lehre der Vorentrückung begründet werden soll. Meiner Meinung nach spricht Paulus hier aber nicht vom Zeitpunkt der Entrückung, sondern davon, dass, bevor der Antichrist kommt, sein Vorgänger beiseite getan werden muss. Zunächst schauen wir uns den sprachlichen Befund von zweiten Thessalonischer 2 an und klären, ob der Zeitpunkt der Entrückung der Gemeinde und die Entrückung selbst mit diesen Versen überhaupt belastbar argumentiert werden kann. Im Wesentlichen geht es um Vers 7. Dort steht, Die allgemeine Auslegung geht davon aus, dass der es jetzt aufhält und der hinweggetan werden muss, der Heilige Geist sei. Aber das Wort Geist, Pneuma, ist im Griechischen nicht Maskulinum, sondern Neutrum, also nicht der Geist, sondern das Geist. Wenn Paulus Personalpronomen verwendet, müssen sie sich auf zuvor erwähnte Substantive beziehen. Deswegen habe ich die Substantive im Text um deren Genus ergänzt. Zweite Thessalonischer 2 von Vers 6 Und was es, to, neutrum, noch auffällt, wisset ihr, dass er, auton, maskulinum, offenbart werde zu seiner Zeit. Denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit, nur dass der es jetzt auffällt, maskulinum, muss hinweggetan werden, ek mesos. Und als dann wird der Boshafte, der Antichrist, maskulinum, offenbart werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist, Neutrum, seines Mundes und durch die Erscheinung seiner Zukunft ihm ein Ende machen, ihm, dessen Zukunft geschieht nach der Wirkung des Satans, mit allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen und Wundern und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden, dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, auf das sie selig würden. Darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden, dass sie glauben der Lüge, auf das gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern haben Lust an der Ungerechtigkeit. Das Wörtlein Was im Halbsatz und Was es noch aufhält, ist Neutrum. Somit könnte man diesen Teil des Satzes unter Umständen noch auf den Heiligen Geist auslegen, und behaupten, das Heilige Geist hielte noch auf und müsse erst weggetan werden, bevor der Antichrist käme. Aber der Satz geht weiter mit der Formulierung, nur dass der es jetzt aufhält, muss hinweggetan werden. Das Personalpronomen dieses Teils des Satzes ist aber maskulin. Der Aufhaltende ist also eine männliche Person und kann weder auf den Heiligen Geist im griechischen Neutrum noch auf die Gemeinde im griechischen Femininum gedeutet werden. Es geht hier also weder um den Heiligen Geist noch um die Gemeinde, sondern um eine männliche Person, die das Offenbarwerden des Antichristen aufhält. Mit dieser männlichen Person steht ein unbekannter Vorgang in Verbindung, der naturgemäß im Neutrum formuliert wird. Es ist also linguistisch nicht richtig zu behaupten, dass, was es noch aufhielte, das Heilige Geist sei, wenn doch der Aufhaltende im unmittelbar folgenden Zusammenhang im Maskulinum formuliert wird mit dem Satz, nur dass der es jetzt aufhält, muss hinweggetan werden. Der Aufhaltende schließt also durch sein Maskulinum eine Deutung auf den Heiligen Geist und auf die Gemeinde kategorisch aus. Um es vorwegzunehmen, die richtige Deutung der Stelle ist wie folgt. Und was es noch aufhält, nämlich der Vorgang der Beiseitesetzung des Vorläufers des Antichristen, wisset ihr, dass er, der Antichrist, offenbart werde zu seiner Zeit. Denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit, nur dass der es jetzt aufhält, der Vorläufer des Antichristen, muss hinweggetan werden. Und als dann wird der Boshafte, der Antichrist, offenbart werden. Paulus verwendet für das Beiseiteschieben des Aufhaltenden den respektlosen Begriff Ekmesos, wenn er sagt, nur dass der, Maskulinum, der es jetzt aufhält, muss hinweggetan werden. Ekmesos. Das ist mehr als befremdlich, denn dieser Begriff Ekmesos bedeutet so etwas wie ein Hindernis aus dem Weg räumen. Dieser Hindernde muss also beiseite geräumt werden und erst dann kann der Antichrist kommen. So formuliert Paulus. Hätte Paulus in Vers 7 hingegen tatsächlich den Heiligen Geist gemeint, dann hätte er nicht das respektlose Ekmesos, beiseiteschieben, aus dem Weg schaffen, sondern Episynagoge, hinaufversammlung, verwendet. Der Beweis hierfür steht in 2. Thessalonischer 2, Vers 1, Denn dort formuliert Paulus, wenn er von der Entrückung spricht, anders. Aber der Zukunft halben unseres Herrn Jesu Christi und unserer Versammlung Episynagoge zu ihm bitten wir euch, liebe Brüder, und so weiter. Wenn Paulus also von der Entrückung schreibt, verwendet er das respektvolle Episynagoge und nicht Ekmesos. Der Heilige Geist oder die Gemeinde werden aber doch nicht beiseite geschoben oder aus dem Weg geräumt, sondern sie werden, wie hier in Vers 1 gesagt, hinaufversammelt. Wenn es in Vers 1 um die Entrückung der Gemeinde Jesu geht, verwendet Paulus folgerichtig das griechische Wort Episynagoge, hinaufversammlung. Das tut er in der Bibel durchgängig. Wenn Paulus hingegen in 2. Thessalonischer 2, Vers 7, Ekmesos sagt, dann ist das ein zweiter Grund dafür, dass er weder die Gemeinde noch den Heiligen Geist noch die Entrückung der Gemeinde meint und die Bibelstelle somit auch nicht vom Zeitpunkt der Entrückung spricht, sondern von etwas ganz anderem, nämlich von dem Beiseitetun des Vorläufers des Antichristen. Damit haben wir festgestellt, dass bei einer Argumentation zum Zeitpunkt der Entrückung 2. Thessalonischer 2 nicht angeführt werden kann. Wenn Paulus aber in 2. Thessalonischer 2 nicht vom Zeitpunkt der Entrückung spricht, was meint er dann? Denn nun stellt sich die Frage, welche männliche Person bzw. welcher Vorgang das Kommen des Antichristen aufhält. In unserer Betrachtung zu Daniel 11 und zu Offenbarung 17 haben wir festgestellt, dass der Antichrist nicht sofort kommt, sondern dass ihm ein Vorgänger vorausgeht. Johannes beschreibt in Offenbarung 17 das Endzeittier mit den sieben Köpfen und den zehn Hörnern. Er erklärt die sieben Köpfe wie folgt. Offenbarung 17, Vers 9 folgende Diese Verse sind geheimnisvoll nur schwer zu verstehen. Was wir hier entnehmen können ist, dass das Tier, der Antichrist, ein Achterkönig aus einer Dynastie von sieben Königen vor ihm ist. Wir haben oben gesehen, dass der Antichrist aus einer diadochisch-seleukidischen Linie stammt und dass Daniel in Kapitel 11 sieben seleukidische Könige aufzählt, von denen der siebte König der historische Antiochus IV. Epiphanes war. Aber die Beschreibung von Antiochus Epiphanes in Daniel 11 macht ab Vers 36 einen Sprung in die Endzeit und beschreibt ab da einen König, dem das gelingen wird, was dem historischen Antiochus verwehrt war. Er wird nämlich in der Endzeit Ägypten erobern. Zudem wird von diesem endzeitlichen Herrscher gesagt, dass er bei der Belagerung des Berges Zion ums Leben kommt. Beides ist aber dem historischen Antiochus nicht gelungen beziehungsweise zugestoßen. Beides wird aber dem Endzeitkönig gelingen beziehungsweise zustoßen, denn dieser wird Ägypten erobern und bei der Belagerung Jerusalems umkommen. Bei genauer Analyse des Textes kann also festgestellt werden, dass Daniel 11 eigentlich nicht von sieben, sondern von acht seleukiden Königen schreibt. Der letzte seleukiden König ist ein Achter, der erst in der Endzeit kommt, der aber von den sieben seleukiden Königen vor ihm abstammt. Das meint Johannes in Offenbarung 17, wenn er sagt, und das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das ist der Achte und ist einer von den Sieben. Daniel 11 ist die einzige Stelle in der ganzen Bibel, die sieben Könige und einen Achten in einer zusammenhängenden Auflistung vorstellt. Es gibt nur diese eine Auflistung und sie steht in einem außerordentlich engen Zusammenhang mit dem antiken Antiochus Epiphanes und mittelbar mit dem endzeitlichen Antichristen. Daraus ist abzuleiten, dass Gott irgendwann in der Endzeit den Faden aus Daniel 11 wieder aufnimmt, denn die oben erwähnten Verse in Offenbarung 17 beziehen sich ebenfalls auf Daniel 11 und erläutern, die sieben Häupter sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt, und es sind sieben Könige. Fünf sind gefallen, einer ist da, der andere ist noch nicht gekommen, und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Johannes erklärt, dass die ersten fünf Könige, die in Daniel 11 beschrieben werden, bereits geschehen und nicht mehr in Betracht zu ziehen sind. Ein König ist. Das kann entweder zu der Zeit gewesen sein, als Johannes diese Prophetie empfing, oder es wird sein, wenn Gott in der Endzeit Licht für die Deutung von Offenbarung 17 schenkt. Fußnote. Ich gehe von der letzteren Version aus, denn zur Zeit der Abfassung der Apokalypse existierte kein Seleukidenherrscher, der den Aussagen in Daniel 11 entsprochen hätte. Die Offenbarung bezieht sich meines Erachtens ausschließlich auf die letzte Zeit und ist dann eine Quelle göttlicher Offenbarung für die Wiedergeborenen, die dann noch leben. Dass wir so tief in die Offenbarung eintauchen dürfen, ist meines Erachtens etwas sehr Besonderes und ein offensichtliches Endzeitzeichen. Weiter im Text. Dann fährt Johannes fort, dass der andere, nämlich der siebte König, noch nicht gekommen ist. Wenn er aber kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben und nach ihm folgt der Antichrist. Das ist es, was Johannes in Kapitel 17 erklärt. Und auf eben diese Struktur nimmt Paulus in 2. Thessalonischer 2 Bezug, denn mit der obigen Auslegung stehen beide Passagen miteinander in Einklang und sind inhaltlich stimmig. Daniel 11, Offenbarung 17 und 2. Thessalonischer 2 stehen also in einem sehr engen inhaltlichen Zusammenhang. Der Text in 2. Thessalonischer 2 ist sehr viel komplexer, als wir das gemeinhin unterstellen und die Christen in Thessaloniki waren sehr viel besser über die prophetischen Linien aus dem Propheten Daniel unterrichtet, als wir das heute vielfach sind. Das, was Paulus mit den Thessalonischern in 2. Thessalonischer 2 behandelt, überfordert die Bibelkenntnis heutiger Christen bei weitem. Die Kenntnis, dass der Antichrist einen Vorläufer haben wird, haben wir in den vorangegangenen Kapiteln aus Daniel 11 erhalten, ohne 2. Thessalonischer 2 auch nur zu erwähnen. Mit dieser Kenntnis erscheinen Offenbarung 17 und erstaunlicherweise auch 2. Thessalonischer 2 in einem völlig neuen exegetischen Zusammenhang. Um alle vorgenannten Voraussetzungen zu erfüllen, muss die Passage in 2. Thessalonischer 2 also wie folgt ausgelegt werden. Vers 6 bis Vers 8 Und was es noch aufhält, to neutrum, nämlich das Offenbarwerden des Antichristen, wisset ihr, nämlich der Vorgang der Beiseitesetzung des siebten Königs, eines endzeitlichen Vorläufers des Antichristen, dass er, auton, maskulinum, der Antichrist, offenbart werde zu seiner Zeit. Denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit, nur dass der, auton, maskulinum, es jetzt aufhält, der Vorläufer, muss hinweggetan werden, ecmesos, aus dem Weg geräumt werden. Und als dann wird der Boshafte, der achte König, der Antichrist, offenbart werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes und durch die Erscheinung seiner Zukunft ihm ein Ende machen. So und nur so machen die Verse Sinn. Paulus schreibt hier also gar nicht von der zeitlichen Einordnung der Entrückung vor oder nach der Trübsalszeit, sondern von Daniel 11 und davon, dass dem Antichristen ein Vorläufer vorausgehen wird. Von diesem Vorläufer hat Daniel geschrieben und Johannes spezifiziert das fast 40 Jahre nach der Abfassung des zweiten Thessalonischer Briefes in der Apokalypse. Der Text ist also weitaus tiefgründiger als vielfach angenommen. Die Thessalonischer müssen die Texte im Propheten Daniel sehr gut gekannt haben. Besser noch kannte sie der Apostel Paulus. Er hatte diese Kenntnis fast 40 Jahre vor Johannes. Er war also nicht nur ein großer Völkerapostel, sondern auch ein großer Prophet. Für mich ist es immer wieder vorbildlich, dass die offensichtlich sehr gebildeten Thessalonischer gleichzeitig so bescheiden waren, dem Wanderprediger Paulus zuzuhören. Damit aber nicht genug. Sie haben ihm auch geglaubt. Und auch damit noch nicht genug, denn sie haben für diesen Glauben sogar stärkste Verfolgung erlitten. Die Thessalonischer sind bis heute große Glaubensvorbilder für alle Christen. Die bisherige, gängige Auslegung von 2. Thessalonischer 2 hingegen greift zu kurz und sie unterstellt dem Text Aussagen, die er nach linguistischem und insbesondere inhaltlichem Befund nicht enthält und die einer sauberen Exegese in keinster Weise standhalten. Damit fällt eine weitere Bastion der Lehre der Vorentrückung und uns bleibt die Aufgabe, entweder der Bibel oder unseren Vorstellungen und Wünschen zu folgen. Ich weiß, dass ein Abschied von der Vorentrückung vielen nicht leicht fällt. Mir ging es genauso. Aber ich kann nicht umhin, dem Befund der Bibel und der obigen skizzierten Argumentation zu folgen. Sola Scriptura Sola Scriptura Sola Scriptura Vielen Dank.